Das nächste Stück, ein Stück aus Schottland. Mit dem Dudelsack gespielt. Auch ganz bekannt eigentlich. Nehmt doch mal alle die Hände hoch. Genau. Die ganze Höhle hier in Balwe nimmt die Hände hoch. Auch der Höhlenbär da hinten. Alle machen mit, auch die Leute, die keinen Bock haben. Richtig hoch die Pfoten. Nicht so wie Bernd das Brot. Richtig hoch. Jawohl. So, Daniel, du gehst jetzt rum und sammels die Geldbörsen ein. Ich höre vorbei, habe ich schon getan. So, wir schwenken von rechts nach links und wieder zurück. Sehr schön. Hoopa! 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 Hoopa!